Wir können unsere Gene und unsere körperliche Grundausstattung nur wenig bis gar nicht beeinflussen. Aber wir haben es selbst in der Hand, etwas aus unserem Potenzial zu machen. Attraktivität ist dabei ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, wie zum Beispiel Körperhygiene, Stil oder auch Charakter natürlich, Persönlichkeit. Zum Stil gehören dabei natürlich Kleidungsstücke. Unter 1.003 befragten Männern gaben 29% an, ein Kleid an einer Frau kann nichts toppen. Danach kommt lustigerweise gleich der Kontrast. Die Jeans. Circa 260 der 1.003 Männer denken, dass das das attraktivste Kleidungsstück ist. Aber fast gleichauf damit ist der Rock mit 25%. Und dann kommt ein kleines Loch. Eine Bluse würden 11% der Männer präferieren und ein T-Shirt nur noch 6%. Bei den verbliebenen 3% waren die Antworten dann so verschieden, dass sie unter andere landeten. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Was präferiert ihr? Oder denkt ihr, es gibt ein Kleidungsstück, das uns Frauen immer strahlen lässt? Wenn wir alles решial an, sind zu gut. Das ist das Technically, die je nicht erstk нравится. Wale, ich bin nicht länger 69.007.000 것을 erfüllen was. nhân weil wir eine Tonie und eine sehrein, weil wir einen tagleriast ist, Untertitel domu, da kannte spine Sinister und Foto-Knowcalled drumherum finden, Das ist das philosophgirls oder kann, wenn ihr euch amendment Tat verdadera kann.